Wir haben es geschafft! Wir haben es tatsächlich geschafft! Es ist uns gelungen, eine Strahlenkanone zu entwickeln, mit der wir uns auf Insektengröße schrumpfen können. Das sind meine beiden Assistenten. Das ist der Dr. Schwitt und das ist der Dr. Schuh-Ähm-Bart. Wir werden zusammen mit den Waldameisen in Kolonne durch den Wald spazieren können. Wir werden die Schmetterlinge satteln und über die Wiesen schweben können. Wir werden die verborgene Welt der Insekten erforschen können. Und wir werden sogar die Sprache der Insekten verstehen. Und das alles nur dank dieses wunderbaren Gerätes. Eine Strahlenkanone. Also jeder, der getroffen wird, der wird so klein wie eine Biene. Kinder, seid ihr bereit für die Verwandlung? Ja! Ja? Dann haltet euch gut fest und passt auf, wo ihr sitzt, denn jetzt geht das große Schrumpfen los. Ich bin lecker. Ich bin lecker. Ich bin lecker. Dann geht's. Und dann geht's. Ich bin dieser hết. Ich bin hier.